Hi, Simon von Games and Tables wieder hier und heute wollen wir mal Battlestar Galactica Starship Battles vorstellen und zwar mit den komplexen Regeln. Ich habe ja auf der Spielemesse einmal die Grundregeln quasi, ja, Dämonen dürfen, mitspielen dürfen und das einmal so quasi dabei vorgestellt, aber uns reizen natürlich deutlich mehr die komplexen, die vollständigen Regeln, sprich Vector Movement, wie man es nennen könnte, beziehungsweise Driften durchs All. Das Kriterium, was uns halt besonders an diesem Battlestar Galactica Starship Battles interessiert, und ich werde gleich mit dem Daniel halt ein Spiel da bestreiten, das Ganze dann nachkommentieren, um halt hier und da auf die Regeln eingehen zu können, etwas gewandter und ja, am Ende ein bisschen was dann zu unserem Generellen, zu unserer Meinung zu dem Spiel sagen. Vorab aber einmal, was bekommt ihr in dieser Box? In dieser Grundspielbox sind zwei Vipan NK2 und zwei Celonin Raider, die sich von den Profilen her sehr ähneln. Für jedes Schiff gibt es auch so eine Schiffskarte, wer X-Wing spielt, kennt das Prinzip, so ein bisschen, auf der Karte sind alle nötigen Werte mit angegeben, also in diesem Fall hier Angliswert, Strukturwert, Beschleunigungswert und haben sie ein FTL oder nicht, also ein Faster Than Light Antrieb. Dazu ist für jedes der Schiffe hier so ein Command Board drin, die sind aus Kunststoff, die sind unbemalt, man kann sie sich bemalen, damit sie besser zu lesen sind, auf Distanz sind in Grau, in Grau ist halt der Kontrast gering. Mit diesem Command Board plant man entsprechend seine Züge, darauf komme ich gleich mal ein bisschen genauer ein. Erstmal noch weitere Inhalte. Also wir haben vier Stück davon, wir haben die Schiffe, wir haben Bases für jedes Schiff da drin natürlich und zwar sind das fertig zusammengebaute Bases, die man nämlich drehen kann. Man kann das Schiff in Relation zur Flugrichtung, nämlich verdrehen, das ist so die Besonderheit dieses Spielkonzepts. Dann ist für jedes Schiff ein so ein Manöverdeck dabei, das sind hier in Battle Star Galactica-Stil sechseckige Karten und da sind halt diverse Manöver drauf abgebildet und die benutzt man auch, um die Manöver durchzuführen. Das heißt, es gibt hier keine Schablonen in dem Sinne, sondern wirklich dieses Deck, das auf die Schiffe angepasst ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht aus Versehen vermischt, sonst muss man die halt wieder auseinander sortieren. Die sind aber mit der Rückseite gekennzeichnet und auf der Vorderseite durchnummeriert von 1 bis 21, im Fall der Viper und ich glaube es sind 22 beim Ceylon Raider. Dann gibt es hier auch Hindernisse verschiedenster Art, also so kleinere Asteroidenfelder, beidseitig bedruckt. Größere Asteroiden, die halt als richtig große Hindernisse dann auch zählen, wo man nicht durchfliegen kann. In sehr dünnem Pappmaterial, also die können leicht mal vielleicht verknicken. Der Punkt ist aber, warum die so dünn sind. Sie liegen natürlich deutlich flacher auf dem Spielfeld und man hat nicht so dieses wackelige Basel-Syndrom. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Ixig vergleicht, wo die Pappminderlisse relativ dick sind und manche sogar auf Acryl gehen, was noch dicker ist, dann stehen die Schiffe vielleicht schräg da, dann wird es schon schwieriger, die Schablonen anzulegen. Hier mit den Flachen geht das natürlich ein bisschen leichter, aber sie rutschen halt auch relativ leichter mal rum. Ich denke, hat Vor- und Nachteile. So, dann ist natürlich diverses weiteres Material drin, das man benötigt. Und zwar sind Würfel natürlich drin, zwei Stück. Das Ganze basiert auf normalen sechsseitigen Würfeln, was Schüsse betrifft. Es sind Marker für Schaden drin. Schadensermittlung wird hier nämlich nicht anhand der Höhe des Würfelwurfs gemacht. Der Würfelwurf entscheidet nur, trifft man oder trifft man nicht. Und dann zieht der, der getroffen wird, verdeckt Schadensmarker und guckt sich an, was das für ein Wert ist und legt den verdeckt auf seine Schiffskarte. So eine Viper hat zum Beispiel 14 Strukturpunkte. Heißt, wenn der Gesamtschaden 14 oder mehr ist, ist das Schiff zerstört. Der, der auf die Viper schießt, der Gegner dieser Viper, weiß aber nicht, wie viel Schaden da drauf ist. Da ist halt so ein bisschen der Realismus für die Leute, die halt vielleicht damals Wings of Glory oder Wings of War gespielt haben, kennen halt das Prinzip daher. Das ist auch quasi der Vorgänger zu Battlestar Galactica, Starship Battles. Der Sinn dahinter ist, dass es halt schwierig ist zu sehen, wie viel Schaden man verursacht hat beim Gegner. Das heißt, wenn man in so einer Raumschlacht ist und auf so einem Zulonen-Radar feuert und man gibt da seine Breitseite mit seinen Projektilen, man sieht halt nicht, ob das Projektil jetzt durch den Flügel einfach nur durchgeschossen ist und da ein kleines Loch gemacht hat, das nichts bringt. Oder ob man halt wirklich irgendwas Wichtiges getroffen hat, dass er jetzt irgendeine Waffenfehlfunktion gegebenenfalls sogar hat bei schlimmeren Effekten oder einfach wirklich die Struktur stärker angegriffen ist, dass er kurz vor Kollaps steht. Kritische Effekte ebenfalls sind verdeckt. Der Spieler muss sich daran halten, die auszuspielen. Das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo viel Vertrauen in dem Spiel ist und man darf halt sowas nicht vergessen. Der Spieler ist in der Verantwortung daran halt zu denken und das macht so ein Spiel auch immer schwierig für kompetitives Spielen, also für Turniere. Ich weiß nicht, da kommen halt Regeln noch zu, glaube ich, dass es im Grundspiel sind jetzt noch keine Competitive Rules drin. Da sollten sie dann entweder sagen, der Schaden ist dann halt doch offen oder aber man muss halt mit irgendwelchen Penalties arbeiten, sollte sowas vergessen werden. Dann finde ich ersteres fairer, wenn der Schaden einfach offen hat. In so einem privaten Spiel ist alles super. Da macht es richtig Spaß, wenn der Schaden verdeckt ist, weil man nicht weiß, wie viel muss ich denn jetzt noch da drauf schießen. Denn es gibt halt wirklich Schadensmarker, die 0 sagen und es geht dann hoch bis, ich glaube, 6, 7 bei den normalen Schadensmarkern. Und dann gibt es nochmal besondere Schadensmarker, die man zieht, wenn man durch Hindernisse fliegt und die können bis 10 gehen. Also Hindernisse, aua. Enthalten sind zwei Hefte und zwar einmal das Regelwerk und ein Szenario-Booklet. Auch im schönen Bellestar-Galactica-Stil mit hier den abgeschrägten Ecken. Im Grundregelwerk das Ganze aufgesplittet nach Schnellstartregeln, die Basisregeln also so gesehen, die halt wirklich sehr an Wingshot Glory erinnern. Dann kommen danach die kompletten Regeln, wo das ganze Driften im All mit erklärt wird und ein paar fortschrittliche Sachen wie kinetische Energie. Man kann auch in verschiedenen Höhenlevels spielen, wir haben das meistens weggelassen. Man kann halt bis zu vier verschiedene Höhenlevel machen. Dafür sind genug Plastikstützen dabei, dass man das Schiff halt höher setzen kann. Genetische Energie ist halt besonders interessant, weil man da mit der Beschleunigung arbeitet, denn man kann jetzt nicht von einem Fullspeed-Graderaus-Manöver auf einmal stehen bleiben oder rückwärts fliegen, wie es bei X-Wing der Fall ist. Hier muss man entsprechend abbremsen, langsamer fliegen, um solche Sachen vorzubereiten. Meiner Erfahrung nach in unseren Spielen, die wir bisher gemacht haben, ist jedoch, der Stallone Raider hat Beschleunigung 4 und es geht halt von kinetische Energie minus 1 bis plus 6. Bedeutet, er bewegt sich dann irgendwann in so einem Bereich von minus 1 bis 3 im normalen engen Dogfight und man benutzt die hohen Manöver nur mehr für den Anflug. Da dreht man dann ein, driftet ein bisschen herum und sobald es in den engen Fight geht, ist man eher im Kleinwennbereich und da kann auch die Viper mit Beschleunigung 3 ja, sag mal, gut genug mit manövrieren, um da halt Manöverwechsel hinzubekommen. So, vier Liter mit Liter möchte ich vor dem Spiel tatsächlich noch nicht so eingehen. Ich werde trotzdem einmal jetzt noch kurz dieses Command-Board vorstellen, denn da haben wir jetzt halt verschiedene Informationen drauf. Wir fangen an mit der Information auf der rechten Seite und zwar ist das der Geschwindigkeitsmeter. Da stellt man ein, mit welcher Geschwindigkeit sein Manöver fliegt. Es gibt hier halt verschiedene Manöver Oh, jetzt sollte ich mal auch einen kriegen, wo es verschiedene sind. Es sind halt verschiedene Manöver auf diesen Teilen abgebildet und zwar immer drei Geschwindigkeiten vorwärts und dann manchmal noch eine rückwärts dazu, die entsprechend in dem weißen Kreis mit einer kinetischen Energie angegeben sind. und in einem großen Sechseck an der Seite mit G-Kraft. Also man hat auch noch G-Kräfte, die da man darf nicht viel überschreiten. Das heißt, man kann sehr, ich sag mal, aggressive Wendemanöver nicht miteinander kombinieren. Ansonsten muss man auf die kinetische Energie achten und man stellt halt hier entsprechend auf der rechten Seite ein, welches dieser Manöver man auf der Karte ausführt. Also das Schnelle, das Mittlere, das Langsame oder das Rückwärtsmanöver oder führt man gar keins aus und bleibt stehen oder schmeißt man sein FTL an. Den haben jetzt hier nur die Celonen Raider, den werden wir auch gleich im Spiel nicht demonstrieren, der geht dann doch ein bisschen fortschrittlicher. Im Wesentlichen nimmt man sein Schiff vom Feld, setzt es irgendwo anders wieder auf, lässt es von dort ein bisschen abweichen, wo es halt hindüst und wenn man Pech hat, vielleicht ist es vom Spielfeld oder in ein Hintern ist hinein. Aber das Ganze wirklich sehr situativ nur zu genießen. Dann haben wir in der Mitte so einen großen Drehknopf. Der gibt an, in welche Richtung relativ zur Flugrichtung das Schiff gedreht wird. Die Flugrichtung ist immer Richtung der Null, die ist oben. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel genau nach rechts drehe, würde das bedeuten, wenn ich ein Geradeaus-Manöver dazu plane, das kann man nur mit einem Geradeaus-Manöver kombinieren. Das heißt, ich fliege weiter geradeaus, benutze den Impuls, den mein Schiff hat, drehe mein Schiff dann auf der Base entsprechend zur Seite, habe dann weiter diese Flugdistanz, aber das Schiff guckt in eine ganz andere Richtung. Und dann muss ich in folgenden Runden entweder weiter Manöver, die geradeaus gehen, planen, die die gleiche kinetische Energie haben wie meine. Das heißt, ich drifte weiter durchs All. Wenn man nichts an seinem Zustand verändert, bleibt der Zustand bestehen. Das ist eines dieser lustigen physikalischen Gesetze. Und wenn man es aber dann doch irgendwann seine Richtung wieder ändern möchte, also man kann jederzeit beliebig seine Ausrichtung ändern, aber wenn man in eine andere Richtung fliegen möchte, braucht man ein besonderes Manöver, dargestellt durch so einen Kreis. Damit würde man dann entsprechend nochmal einen letzten Drift machen und dann sein Schiff anders fliegen. Bei diesem Drift, wenn ich jetzt zum Beispiel genau das mache, was ich gesagt habe, ich fliege hier so seitlich, würde man je nach kinetischen Energie nochmal ein Stück seitlich fliegen, dann den unteren Teil der Base in Richtung der Schiffsausrichtung drehen und dann sein neues Manöver fliegen. Und dadurch kriegt man so ein bisschen, ja quasi sowas wie eine Talon Roll hin oder so ein Seniors Loop, was man so von X-Men kennt. Also man kriegt damit halt dann engere Wendemanöver auch gut hin. So, ich denke der Rest wird relativ gut dann im Spielbericht gleich selber mitzusehen und dann auch zu erklären sein. Das auf jeden Fall erstmal so zum Inneren, da sind viele Marker mit dabei, auch Marker für die Höhenstufe zur Erinnerung, es gibt auch Marker für die Position des Schiffes quasi, denn hier gibt es keinen Bump oder Kollision, wenn zwei Schiffe auf gleichem Höhenlevel sehr nah aneinander fliegen, wird eins davon einfach durch so einen Plattmarker ersetzt. Man kann allerdings auch in den optionalen Regeln, das ist der dritte Teil dieses Regel-Hacks, Kollisionen noch hinzufügen mit Schiffen und das Ganze halt beliebig detailliert machen. Man kann sogar mit Treibstoffregeln arbeiten. Also es geht hinten raus wirklich sehr detailliert. Wir werden uns wahrscheinlich in so einem schönen Komplettregel-Mittelfeld befinden, also erstmal ohne Sprit und so weiter arbeiten, aber mit Kinnischenergie, mit Driften, mit G-Kräften und so weiter. Das macht schon ziemlich Spaß. So, worauf ich noch nicht eingegangen bin, ist dieses Szenario-Booklet. Das hat erstmal hinten drauf eine Rules-Summary, eine Regelzusammenfassung für alles im schnellen Blick. Und ansonsten sind hier ein paar Szenarien halt mit drin, jetzt noch nicht allzu viele, und quasi auch hinten so ein Vorschlag, wie man die zu einer Kampagne zusammenfügen kann. Was sehr schön ist, bei den Szenarien, zum Beispiel hier Act of Contrition, steht darunter, welche Season und welche Episode das ist, aus der Serie. Das hier ist ja entsprechend die etwas neuere Serie. Es gibt ja noch die alte, die auch später im Releaseplan mit berücksichtigt werden soll. Also erstmal die neuere Serie, das heißt, man kann sich Season 1, Episode 4, Episode 4 einschmeißen, die entsprechende Raumschlaf nochmal angucken, und diese dann direkt nachspielen. Hier in dem Fall ist es zwei Vipan gegen zwei Zylonen-Raider in einem kleinen Asteroidenfeld. Also da ziemlich coole Sachen. Sie haben sogar in einem Szenario drin, wo Starbuck versucht, mit dem erbeuteten Zylonen-Jäger zurück zur Galaktika zu kommen, und muss sich deshalb dann irgendwie Lee Adama erkenntlich zeigen, dass das kein feindlicher Zylonen-Raider ist, sondern sie. Auch dafür gibt es hier ein Szenario, sehr witzig gestaltet. Insofern viel zu bieten in dieser Box, vor allem, weil es halt auch vier Schiffe sind, die hervorragend bemalt sind. Da gehe ich jetzt einmal drauf ein. Die Bemalung ist wirklich so gut, da sind ganz, ganz feine Decals drauf, also feine Schriftzüge und Symboliken drauf, um diese Schiffe möglichst seriengetreu zu halten. Und es geht sogar so weit, dass unterm Cockpit, wo der Pilotenname draufsteht, man diesen Pilotennamen auch lesen kann. Zumindest, wenn man sehr gute Augen hat. Also hier ist, glaube ich, Hardball, ist dieser hier. Auf dem anderen steht definitiv Apollo. Also man kann die beiden Piloten unterscheiden. Sie haben auch leicht unterschiedliche Bemalungen. Apollos MK2 ist ein bisschen abgewrackter, hat hier so ein paar Sprenkler dran. Der hat halt schon mehr Einsätze gesehen, als hier unser Hardball. Insofern, eine sehr coole Box, sehr viel Inhalt und jetzt würde ich einfach sagen, ohne weitere Gefase springen wir mal ins Spiel hinein und gucken uns an, wie sich das Spiel wirklich spielt, wie es sich anfühlt und wie so ein Schlag 2 gegen 2 im Endeffekt aussehen kann. Wir haben uns dazu entschieden, einfach mal ein ganz einfaches Skirmish zu spielen. Also zwei Schiffe gegen zwei Schiffe. Wir haben fix ausgewürfelt, wer zuerst ein Schiff aufstellt und dann immer abwechselnd. Es gibt ja nicht so etwas wie einen Initiativewert oder Pilotenwert, wie es erstmal bei X-Wing der Fall ist, sondern hier werden alle Bewegungen gleichzeitig durchgeführt und auch alle Angriffe finden gleichzeitig statt. In der Bewegungsphase ist das dann so, dass man halt die Manöver aufdeckt und durchführt. Und sollte es zu Überschneidungen kommen, werden wir hier nicht Kollisionsregeln anwenden, sondern dann diese Plättchen benutzen, um die Positionen darzustellen. Ich spiele auf der linken Seite die Zylonen Raider, wie es natürlich für mich gebührt, spiele ich den Antagonisten und Daniel spielt hier Apollo und Hardball beziehungsweise eigentlich eher zwei No-Name Viper-Piloten. Wir haben erstmal die namhaften Piloten rausgelassen. Es gibt Apollo und auch zwei namhafte, also zwei Zylonen Raider mit einem eigenen Namen oder einer eigenen Bezeichnung, muss man eher sagen, mit richtiger Name ist das ja nicht. Sind im Grundspiel mit enthalten, die ja dann so Vor- und auch Nachteile haben. Dazu aber dann am besten später mehr. Und hier erstmal dazu, wir planen nämlich unsere ersten Manöver. Das heißt, wir legen pro Schiff bis zu zwei Karten hin. Warum bis zu zwei? Na, das ist halt eine ganz einfache Bewandtnis. Man kann halt entweder Manöver ausführen, man kann aber vor seinem Manöver auch noch einen Overboost machen. Im Fall von Daniel macht er direkt sein Manöver auf mittlere Geschwindigkeit und oben der Zylonen Raider, könnt ihr sehen, mache ich einen Overboost. Da wir in der ersten Runde noch nicht wirklich schießen können werden, habe ich direkt beide Manöver zusammengefasst, damit ich nicht in etwaige Kollisionen komme und direkt mit diesem Platzhalter arbeiten muss. Overboost funktioniert genauso, wie ich es gerade hingelegt habe. Overboost-Manöver sind halt immer alleine auf der Karte und man legt die nächste Karte mit dran an das Ende. Man hat so kleine rote und gelbe Markierungen auf den Linien und im Grunde ist es einfach ein Zusatzmanöver mit kinetischer Energie 3. Bedeutet, man braucht drei kinetische Energie, also nicht drei, sondern mehr als drei, um halt mit Overboost arbeiten zu können. Wenn man zum Beispiel mit kinetischer Energie 4 fliegt, hat man ein Overboost-Manöver plus dann ein langsames Manöver dazu. Meine sind jetzt beide ziemlich schnell losgeflogen und dann habe ich jetzt gerade noch mit in die Kamera gezeigt, dieses runde Manöver, um halt meine Ausrichtung jetzt zu ändern. Denn man sieht, der erste Ceylon Raider, der rechte von den beiden, ist halt gerade ausgeflogen und hat seine Ausrichtung um 90 Grad gedreht. Der wird jetzt seine kinetische Energie erstmal beibehalten, insofern wieder seinen Overboost machen. Der zweite macht ebenfalls ein Boost-Manöver. Ich mag es halt mit hoher Geschwindigkeit zu fliegen, ich glaube, das kennt man mittlerweile von mir. Während Daniel erstmal seine beiden Schiffe ein bisschen zusammenrückt. Er macht da kleine Schlenker rein und jetzt sind wir schon so weit, dass wir schon im Grunde gucken können, ob wir schießen möchten. Und wir müssen halt jetzt pro Schiff entscheiden, ob es jetzt angreifen möchte oder nicht. Denn man kann entweder nach dem ersten Manöver angreifen oder aber nach dem zweiten. Diese Karten mit Sternen drauf, die Daniel dabei liegen hat, sind halt quasi so Bluff-Karten. Damit man nämlich nicht verrät, man wird ein langsames Manöver fliegen, indem man nur eine Karte hinlegt, kann man diesen Stern dazulegen, damit halt wenigstens zwei verdeckte Karten dort liegen und der Gegner entsprechend das nicht genau abschätzen kann. So, nach dem zweiten Manöver wollen wir dann munter anfangen zu schießen. Dafür haben wir einen Accuracy-Wert auf unseren Schiffen, der ist bei beiden sechs. Man muss also mit zwei Würfeln mindestens eine Sechs zusammenwürfeln, um einen Treffer zu machen. Und dazu kommen etwaige Modifikationen. Ihr seht da diesen Reichweitenstab. Rot ist kurze Reichweite, orange ist mittlere Reichweite und gelb ist lange Reichweite. Auf kurzer Reichweite kriegt man plus 1 auf seinen Würfelwurf, auf lange bekommt man minus 1. Dann gibt es noch zusätzliche Modifikationen durch die kinetische Energie, die Schiffe hinhaben. Hat das Ziel eine kinetische Energie von 0, so trifft man um 1 besser. Hat das Ziel eine kinetische Energie von 4, oder mehr, trifft man um 1 schlechter. Hat das schießende Schiff eine kinetische Energie von 5 oder mehr, dann trifft das schießende Schiff auch um 1 schlechter. Das Symbol, das ich jetzt gerade kurz gezeigt habe auf der Manöverkarte, ist das Symbol für quasi schwierige Manöver. Das ist dargestellt durch so ein, ja ich sag mal, schräggestelltes Fadenkreuz von über einem Horizont. Man darf solche Manöver nicht in aufeinanderfolgende Runden durchführen. Im Grunde, wie bei Exinger, aber ich sehe hier viele Parallelen, weil auch wir 4x-Winger auf dem Kanal haben, die roten Manöver. Man kriegt hier nur keine Stressmarke oder so weiter, man kann halt so einen Marker als Erinnerung hinlegen. Der Punkt ist, dass man ja nicht in zwei aufeinanderfolgende Runden solche Manöver fliegen darf. So, hier jetzt die besondere Situation, dass unsere beiden Schiffe so naheinander fliegen, dass die Base sich berühren würden. Deshalb legen wir für mein Schiff mal kurz einen Platzhalter dahin. Die beiden können nicht aufeinander schießen, da sie jetzt so dicht beieinander sind, dass sie quasi übereinander im All schweben und deshalb keine Möglichkeit haben zu schießen. Der andere Celon Radar hat jetzt hier diese kleine Drift-Schablone benutzt. Das ist so ein Packmarker, den man nutzt, je nach kinetischen Energie auf die kurze oder die lange Seite anlegt. Wegen meiner kinetischen Energie von 6 wird natürlich dann das kurze Ende angelegt, sodass ich die längere Distanz mich bewege, rutsche halt quasi noch ein bisschen durchs All, bevor ich dann mit meiner Kurve halt hineinfliegen kann. So, hier kommt ein erster Schuss, Wechsel noch zwischen den anderen beiden und jetzt noch mein zweites Manöver. Aber, also ich bin weiter nach außen gedriftet, ziehe jetzt eine Kurve rein und kann jetzt mit dem Schiff auch noch feuern, falls es nicht vorher schon geschossen hat. Hat es natürlich nicht, denn die Schussposition ist jetzt deutlich besser. Verzeih mir, dass ich zwischendurch den Reichweitenstab irgendwie falsch herum angelegt habe, aber es sollte jetzt nicht so dramatisch sein. Also rot ist kurze Reichweite und wird beim schießenden Schiff angelegt. Und man legt es immer so an, vom Stab, vom Pin des schießenden Schiffes bis zum Base des Ziels. Also immer vom Mittelpunkt der Angriffsbase bis irgendein Punkt der Zielbase. Innerhalb des Feuerwinkels, der glaube ich 45 Grad beträgt. Wir haben auch schon erste Treffer gemacht, erste Schüsse durchgeführt und ersten Schaden eventuell angebracht. Wir haben jeweils ein Schiff mit zwei Schadensmarkern, aber wir wissen ja nicht, wie viel Schaden wir wirklich beim Gegner angebracht haben. Zusätzlich haben wir zwischendurch Marker auf unsere Schiffe noch draufgelegt, um zu markieren, dass sie schon mal auf ein Schiff geschossen und auch getroffen haben. Wenn man nämlich in aufeinanderfolgenden Runden immer wieder auf das gleiche Schiff schießt, bekommt man Boni auf seinen Schuss. Man kriegt plus zwei, falls man das Schiff in der vorherigen Runde nicht getroffen hat. Man kriegt sogar plus drei, wenn man das Zielschiff in der vorherigen Runde getroffen hat. Hat man aber selber allerdings einen Treffer eingesteckt, verliert man diesen Zielenbonus, man muss den ablegen und entsprechend neu versuchen, sich da auf, denke ich, nah einzuschießen. Daniel driftet hier auch ein bisschen nach hinten, richtet seine Front neu aus, kann also jetzt dann entsprechend gegenbeschleunigen. Alles richtig gemacht. Während mein Zylonenradar einen kleinen Weg nach hinten geflogen ist und der andere Zylonenradar ebenfalls probieren möchte, ein kleines Stückchen nach hinten zu fliegen. So, wir haben eine Menge Kreuzfeuer jetzt hier in der Runde, wobei mein einer Zylonenradar jetzt sehr viel abbekommen wird und meine Schüsse hingegen nicht wirklich viel anrichten erstmal. Da ist aber auch ein Leerschuss von Daniel und mein zweiter Schuss, der trifft und verpasst ihm nochmal einen Schadensmarker. Drei Stück hat er schon, kann eng sein, kann aber auch nichts bedeuten. Und Daniel macht jetzt noch sein zweites Manöver nach dem Drift und fliegt wieder nach vorne. Da hätte er nicht schießen können, deshalb geschickt eingesetzt, dann nach dem ersten Manöver zu schießen, also nach dem Drift, bevor er seine zweite Manöverkarte ausführt. Die kinische Energie müssen wir halt jedes Mal mit anpassen. Die wird auch angepasst, sobald man das erste Manöver aufdeckt, wird es angepasst auf die kompletten Kartenkombinationen. Fände ich ein bisschen unglücklich gelöst. Bedeutet aber im Endeffekt, dass man den Gegner so ein bisschen dann einfach verraten muss, was man vorhat und ist auch nicht allzu dramatisch, denke ich. Zu den Angriffen gibt es noch eine Besonderheit und zwar sollte man einen sehr hohen Pasch würfeln und jeder einzelne Würfel würde schon ausreichen, das Ziel zu treffen, also im Falle von dem Standard Accuracy Wert ohne Modifikation auf die 6 und man würfelt einen 6er Pasch, dann darf man seinen Schuss aufteilen und zwei getrennte Angriffe daraus machen und einen Würfel für jeden Angriff rechnen. Das passiert natürlich relativ selten, ist aber dann ein extrem mächtiger Angriff, wenn das halt passiert. Das ist so eine Art, ja man könnte sagen, kritischer Treffer, eigentlich ist es sogar noch dramatischer und hier haben wir direkt den Fall, ich habe eine Doppel 6 gewürfelt und jeder einzelne 6 würde reichen, das Ziel zu treffen. Das heißt, Daniel muss jetzt für jede der 6en einen Schadensmarker ziehen und auf Schadensmarker kann dann sogar noch sein, dass da ein Plus drauf ist. Ist das der Fall, muss er sofort noch einen ziehen und dadurch hat er jetzt direkt 4 Marker ziehen müssen und das hat sein Schiff sofort zerstört. Er hat natürlich auch seinen Rückschuss noch machen können und macht ja auch noch einen und verpasst mir dadurch Schadensmarker. Mein zweites Schiff vorher noch auf sein anderes und drückt da noch was drauf. Also das war schon mal eine sehr starke Runde für die Celonen hier. Die Hindernisse bin ich nicht so sehr darauf eingegangen, weil sie jetzt in unserem ersten Testspiel gar nicht so relevant geworden sind. Wir sind relativ gut um die Hindernisse her umgeflogen. Aber ihr seht schon, dass man eine gewisse Weile hier in einem sehr engen Raum ist. Das ist auch, ich würde sagen, anders als bei beispielsweise Ex-Wing, wo man öfter mal wegfliegen muss, neu anfliegen muss und es ein bisschen mehr Platz nutzt. Hier kann man auch wirklich viel auf engem Raum agieren. Da wir aber auch selber noch nicht so viel gespielt haben, kann es natürlich auch gut sein, dass wir strategisch etwas falsch machen. Das ist vielleicht sinnvoller, als wirklich mal schnelle Manöver wegzufliegen und einen neuen Anflug zu planen. Bisher haben wir es dann meistens so gemacht, dass wenn wir in seiner Enge waren, haben wir eine Quasi-Koreogramm geplant. Das heißt, wir sind gerade ausgeflogen, haben unser Schiff um 180 Grad gedreht und sind in der folgenden Runde dann mit diesem Drift entsprechend wieder in den Kampf eingestiegen. Das Ganze muss natürlich mit der kinetischen Energie entsprechend berücksichtigt werden, aber ein Beschlusswert von vier auf den Ceylon Raidern ist schon sehr bequem. So, wir haben alle unsere Sachen geplant und hier wird sich jetzt mein Ceylon Raider entsprechend bewegen. Jetzt wird es ganz so ein bisschen eng, wir müssen halt unsere ganzen Manöverkarten legen. Ich habe mein Feuerwinkel auch entsprechend gedreht, also mein Schiff gedreht, das driftet jetzt dort hinüber. Der andere ist einen Schlenker geflogen, weil ich jetzt nicht sicher war, ob Daniel vielleicht ein Rückwärtsmanöver planen möchte. Das heißt, der wird diese Runde nicht feuern können. Die anderen beiden werden sich jetzt gegenseitig beschießen. Wir haben da noch kurz die Modifikationen bestimmt. Und ja, wir treffen uns auch, glaube ich, gegenseitig. Er hat meinen anderen beschossen, so wie es aussieht, meinen linken, und ich habe mit dem rechten geschossen, deshalb haben wir so einen Erinnerungsmarker hingelegt. Oder wir haben sogar beide nicht getroffen. Genau, die fünf, wir haben ja, schießen ja auf die sechs, es müsste eigentlich kurzer Reichweite gesehen sein. Nichtsdestoweniger trotz, ordentlich Geballer da auf beiden Seiten. Driftmanöver sind ausgeführt, beziehungsweise, wir haben ja beide nicht gedriftet, sondern sind halt gerade ausgeflogen und unsere Ausrichtung verändert. Das Driften kommt jetzt. So, ich würde jetzt gerne mit meinem linken Zilon Raider eine sehr enge Kurve fliegen, da ich auch für einen Schlenker geflogen bin und der ein schwieriges Manöver ist, kann ich jetzt keine enge Kurve fliegen. Da aber Zilon Raider diesen Beschleunungswert von vier haben und ich gerade, glaube ich, mit Kinesischer Energie zwei geflogen bin, oder drei sogar nur, also zwei oder drei, irgendwie sowas, kann ich ohne Probleme jetzt auch direkt ins Rückwärtsfliegen, umschwenken. Ich könnte natürlich auch geradeausfliegen und meine Ausrichtung ändern und da wieder mit diesem Drift arbeiten, also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, damit zu fliegen und ist für mich auch so, dass das Key Feature von Battle Star Galactica ist bei Starship Battles. So, ich entscheide mich tatsächlich hier dazu zu fliegen und zu drehen. und entsprechend dann zu feuern. Auch da wieder ein Doppel-6-Schuss zweimal im Spiel erreicht und damit das Spiel auch direkt entschieden. Sehr brutale Treffer, passieren an sich nicht so oft. Wir haben es, glaube ich, im vorherigen Spiel, das wir mal einmal gemacht haben, nur einmal gehabt. Jetzt hier gleich zweimal mit der Doppel-6 natürlich bitter. Aber ja, das ungefähr ist ein Spielverlauf aus Battle Star Galactica, Starship Battles. Es macht wirklich viel Laune, diese engen Dogfights zu fliegen, weil die Bewegungen halt so komplex sind und man viele Möglichkeiten hat und es ist auch deutlich schwieriger, den Gegner zu antizipieren. Es gibt diverse optionale Regeln, auch für Tailing, so nennt sich das. Also wenn man sich hinter den Gegner hängt, kann man den dann besser antizipieren. Das heißt, der Gegner muss einem das erste Manöver quasi zeigen und vorführen, bevor man selbst seine Manöver plant. Und es gibt noch andere optionale Regeln, die wir halt weggelassen haben, wie halt auch Treibstoff. Und sehr interessant eine Sache, die wir jetzt auch noch nicht uns so genau angeguckt haben, die wir noch uns angucken werden, ist halt, sobald man mit namhaften Piloten spielt, die Fähigkeiten, die diese haben, die Vorteile und die Nachteile, also ja auch wirklich Nachteile, Flores, wie es im Englischen heißt, die halt die Piloten dann irgendwie, ja, bestimmen oder beziehungsweise, ja, den Piloten ausmachen. Punkte gibt es jetzt irgendwie keine großartig, da bin ich mal gespannt, wie das sich dann demnächst entwickelt, wenn auch andere Schiffe dazukommen, wie man halt wirklich seine Staffel zusammenstellt, um halt ein ausgewogenes Match zu haben. Aber das sind alles Dinge, die wahrscheinlich dann noch kommen werden und wo wir sehr gespannt sind, sobald sie dann da sind. Insofern hoffe ich, einen guten Eindruck, oder hoffen wir, einen guten Eindruck gegeben zu haben zu Battlestar Galactica Starship Battles. Uns macht es wirklich viel Spaß, das zwischendurch mal zu spielen. Es fehlt natürlich momentan noch die Menge, um es halt wirklich exzessiv zu spielen. Es wird für uns X-Wing nicht ablösen, das kann ich direkt hier an der Stelle schon mal sagen. X-Wing hat einfach seine Vorzüge, aber es ist eine schöne Abwechslung und vor allem, da wir auch riesen Fans der Serie sind, für uns mal ganz erfrischend in einem anderen Universum uns zu umzutun, uns zu bewegen. Insofern danke für's Zusehen. Falls noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen sind, teilt sie unten in den Kommentaren mit beziehungsweise kommt auf unseren Discord-Server, da könnt ihr uns dann auch alles mögliche fragen. Und insofern danke für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.